jo leute was geht ab ich bin's time hier wieder auf meinem kanal heute machen wir eine neue herausforderung und zwar trifft verschiedene gegner mit ein haponierer und in diesem video machen wir das zusammen gelandet wo wasser ist zum beispiel bei lazy lake oder hier leute auf der karte ist ganz genau hier bei 40 cents fast am wasser ganz am ende ja es beginnt gleich die runde am besten wir haben mehr haponierer weil wir können nicht richtig treffen also ich kann nicht richtig gut treffen mit haponierer ja ganz genau hier bei es wird sind neben diesen hinter dem eisland oder in dem eisland könnt ihr einfach suchen egal wo oha direkt ein haponierer erst angekistet wir suchen mal im haus da wird wahrscheinlich kein sein aber wir suchen trotzdem waffen damit wir uns wehren können leute auf jeden fall hier schon der erste gegner einmal getroffen das ist sehr sehr gut jetzt haben wir auf jeden fall ein noch ein haponierer das haben wir zwei von drei wir brauchen nur noch ein gegner und dann haben wir schon die hausung abgeschlossen wir suchen direkt mal den letzten und dritten gehen da ist ja schon denkst du du kannst dich vor mir oh mein gott wir haben ihn einfach in der luft getroffen oh mein gott egal jetzt haben wir auf jeden fall die hausung abgeschlossen ich hoffe das video hat sich gefallen und geholfen dass gerne ein abonnierst den kanal ist gelockert dass keine videos mehr verpasst sind wir sagen wir sehen uns dann wenn wir das nächste mal